Ach, jetzt auch noch mal hier drin mischen? Sehe ich das richtig? Ach, doch. Doch, oder? Jetzt sagst du vier. Aber das ist doch... Moment. Ich muss mal umpacken. So, dann reinige ich erst mal kurz. Pass auf das Rote auf, das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. So. Nessie macht sauber. Ja, liebe Leute. Ich hätte mal mehr Tücher mitbringen sollen als eins. Ja, das passt schon. Es wird alles hin und her geschuckelt. So, hier haben wir jetzt das Behältnis. Vier Löffelchen brauchen wir anscheinend davon. Ist ja eigentlich komisch, dass sie bei dem einen das nicht geschrieben haben. Total seltsam, verstehe ich gar nicht. Der Mann brauchte da halt auch vier. Oh, nee, nee, doch. Vier. Vier ganze Löffel. Hast du drauf geachtet, dass sie auch ganz sind? Ach stimmt, das sticht da ja sogar. Also, die sind ja so verrückt. Okay. Also, dann haben wir jetzt, wenn ich das richtig sehe, diese gelbliche Pack. Also dieses, oder? Ja, gelblich. Das dann. Genau. So. Das wird der Keksteig, meine Lieben. Wir dürfen dann auch gleich noch zur Mikrowelle latschen. Stimmt, ja. Wir nehmen euch dann mit auf die Reise bis zum Mikrowelle. Das ist echt hier verrückt. Also, aber geil. Super. So, jetzt haben wir ja hier das Wasser. Warte. Riecht nach Keks. Oh, Keks. 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 Oh, ist das viel. So, ja, okay. Jetzt zum Beispiel sagen sie nicht rühren, aber es ist ja wohl klar, dass man rühren muss, oder? Ich denke mal schon, sonst wird das ja nicht so, dass man es dann da in die Form... Ich glaube, uns fehlt noch Wasser. Du hast geschlappert. Nein. Schlappert. Du hast es kaputt gemacht. Nee, ich glaube, das wird... Ein Müh an Müh an Pulver fehlt jetzt. Stimmt. Aber deswegen geht es jetzt auf, siehst du? Nee. Jetzt passt es. Weil das Müh, das Müh fehlt. Heißt das, diese 10 heißt 10 pro Form? Das kann sein. Aber das geht, glaube ich, nicht. So viel ist es nicht. Ich guck mal. Aber es ist... Machen wir erst mal 5. Okay. 5 in das eine, 5 in das andere und dann gucken wir. Okay. So. Jetzt haben wir ja hier diese süßen Formen von den Fischis. Da drüben hängen übrigens meine Handtücher, Leute. Und da sind meine Poster, liebe Leute. Nur falls ihr euch... Oh, das kann nicht sein. Guck. Hab keine so richtig vollen. Du musst das abstreichen. Dann machst du jetzt erst mal eins in das eine und eins in das andere. Genau. Und dann den Rest noch aufteilen. So. Hm. Okay. Das ist genial. Schaut euch das an. Ich suche nochmal ran. Aber... Auch wenn die Kamera immer nicht scharf sich stellen will. Es passt ungefähr. Aber ich glaube, es soll ja auch nur bis zu diesem Strich voll sein. Und wenn ich es jetzt ein bisschen... ...bisschen verteile... ...dann könnte es sogar... ...passen. Verteile es... ...verteile es mit deinem Leben. Ja. Wir sind Gamer. Wir müssen das so machen. Alles hat irgendwie was mit Leben zu tun. Alles riskant. Genau. Game over. Gleich. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, es ist genau richtig. Super. Perfekte Höhe. Die Konsistenz sieht ein bisschen aus wie Babybrei. Total. So ein Gläschen oder so. Okay. Jetzt muss es in die Mikrowelle. Jetzt kommt der Weg zur Mikrowelle. 500 Watt oder 600 Watt. Und zwar 40 Sekunden wahrscheinlich. Okay. Genau. Geh mal los. Ab zum Mikrowelle. Dann schnapp dir das Ding. Ich mach grad... Okay. Ich muss aufpassen, dass ich dich nicht filme. Ich filme deinen Hintern. Wir verfolgen jetzt. Warte. So. Oh, jetzt müssen wir den Ton benutzen vom Video. Oh ja, wir müssen den Ton vom Video benutzen, Leute. Es tut uns leid. Ab jetzt Ton vom Video. Hallo. So, Küche. Mikrowelle. Dreckige Mikrowelle. Scheißegal. 640, dann sind... 600 Watt. 25 Sekunden ungefähr. 640, 25 Sekunden. 25 kann ich nicht einstellen. Dann machen wir 30 und machen ein bisschen früher aus. Okay. Start. So aufregend. Ich hab Stopp-Löschen gedrückt. Oh. Wo ist der Start überhaupt? Ja. So. Oh. Man sieht mich. Kuchenberg gebacken. Das ist so cool. Das macht so Spaß. Vergiss nicht, wir müssen bei 25 schnell auf den Schlüssel gucken. Oh, stimmt. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht sind wir mit dabei. Und dann müssen wir sagen so ... Jetzt ... Die sind hochgegangen. Guck dir, was hat er. Aber die sind noch flüssig. Was? Ich glaub, die brauchen noch die 5 Minuten, äh 5 Sekunden. Oder sinds doch Minuten? Wcharively, wenn du es in, du sagst. Aber die sind so hochgekommen. Sicher, dass die flüssig sind und nicht nur so aussehen. Greif mal rein. Ich touch mal. Ne, die sind fest. Die sind fest. Oh mein Gott. Die sind nur glänzend, ne? Guckt's euch an, Leute. Wir haben Kekse gebacken. Das ist so geil. Das ist der Hammer. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ne, 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 ne. Ich komm mir so bescheuert vor dabei. Ne, 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 ne. Aber das ist so egal. So, ich glaube, jetzt haben wir wieder Mikroton. 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 Weiter geht's. Das ist so cool. Riecht, riech mal. Oh, geil. Es riecht richtig lecker. Oh, es riecht nach Kuchen. Oh, es ist voll toll. Es riecht voll nach Kuchen. Ich liebe es. So, wir hatten jetzt vier. Jetzt kommt fünf. Oh nein, da muss ja schon wieder Wasser rein. Jetzt brauche ich wirklich nochmal ein neues Tuch. Obwohl, vielleicht geht's gerade noch. Moment. Musst du echt nochmal Wasser rein? Ja, guck mal da. Wegen für die Schokosauce. Und dann brauchen wir wahrscheinlich nochmal was. Buh. Buh. Moment, ich brauche noch ein Tuch. Hol mal alle Tücher. Ähm. Ja, das kann ja keiner ahnen, dass man so oft die Dinger sauber machen muss. Voll rein sind. Die hätten fünf Förmchen da reinpacken können. Aber echt? Bitte. So. So ist in Ordnung, glaube ich. Ja, komm, wir sind jetzt nicht so. Ich will das nochmal tatschen. Das ist geil. Tatsch, tatsch. Oh, lecker und so schön warm. Das ist toll. Ich stelle mir mal eine Seite. So, jetzt brauchen wir das also nochmal. Ja, nochmal. Und, ähm, wo ist der Löffel? Ach, da. Jetzt brauchen wir da zweimal Wasser. Einmal. Ob das schmecken wird? Das schmeckt alles so super. Wir werden sterben, Leute. Und da muss jetzt das Braune rein. Ja. Das wird jetzt Schokosauce. Und wenn du das dann danach nochmal sauber machen musst, wirst du Spaß haben. So. Aber ich glaube, wir haben... Richtig intensiv. Boah, Kakaogeruch. So. Juhu. Das ist richtig viel. Da benutzen wir jetzt wieder einen Stock für. Wow. Das sieht noch nicht lecker aus. Nee. Das kommt noch. Die chemische Reaktion ist im Gange. Im Moment sieht das aus wie... Sag es nicht. Sag es nicht. Guck mal, aber jetzt ist es voll cool. Ja, jetzt sieht es aus wie Nutella. Ja. Das ist faszinierend. Dann können wir das andere wieder vergessen. Genau, schnell wieder verdrängen. So. Ähm... Ja, jetzt kommt auch schon die letzte Reihe hier unten. Jetzt wird es kompliziert. Denn... Wir sollen jetzt ein Klecks von dem Schokoding da auf das Längliche tun. Da. Ja. Und dann soll dieses rote Wabbelige, das soll jetzt wohl wabbelig sein. Na hoffentlich. Das müssen wir irgendwie da rauskriegen. Wie soll das denn gehen? Okay. Und das soll da draufgelegt werden und dann macht man es einfach zu, ne? Genau. Und dann klappt man das so nach oben. Okay. Nee. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, es abzulecken. Aber ich glaube lieber nicht. Also... Wir müssen es gleich eh probieren. Ja, das stimmt. Wir werden nicht drum rum kommen. Aber wieso ist es denn so viel Schokosauce? Soll ich die denn komplett drauf machen? Nee. Nee, nee. Okay. Ein Teil kommt ja auch noch auf den Keks. Ah, ach so. Verstehe. Dann nehme ich jetzt hier zum Beispiel so viel? Ja. Okay. Dann mache ich das jetzt... Ich mache mal die Hand zur Seite. Oh Gott, das war zu viel, oder? Ja. Ich würde wieder was abnehmen. Okay, Sekunde. Na, Panik, Panik, Panik. Ja, so ist besser. Jetzt lecke ich es von meinem Finger ab. Ja, Geschmackstest. Ist gut. Schmeckt wie Schoko, als es nicht kalt ist. Cool. Ja. So, und dann... Das Rote. Ich trau nicht dem Pfeil, aber... Ich glaube, ich würde das vorher abschneiden, oder? Soll ich? Dann mache ich das mal. Oder sonst läuft doch die Schokosauce da raus. Und so können wir das dann einfach umspülten. Also quasi hier einfach. Oh, wir filmen ja gar nicht mehr. Ich vergesse immer zu filmen. Das ist voll schlimm. Sehr gut. Ich glaube, es ist wirklich fest geworden. Es ist bestimmt jetzt wabbelig. Oh, sie quetscht es raus. Und? Es ist ein Ding. Es ist ein Ding. Da kenne ich einen Film zu. Heißt auch so. Das Ding. Tada! Tada! Ja gut, das ist nicht ganz spitz, ne? Die Spitze ist irgendwie abhandeln. Wir gucken nochmal kurz. Ja gut, das können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen... Und jetzt einfach... Ja, jetzt einfach links und rechts hochklappen. Guck mal, dass das irgendwie hübsch präsentieren kannst. Naja, es sieht jetzt nicht ganz exakt so aus, aber... Es sieht gut aus. Es klebt nicht. Das ist fake. Es klebt nicht. Mach doch mal die Seiten mit ein bisschen Wasser beträufeln. Vielleicht klebt es dann. Hier, da so? Genau. Das hilft bei Torten und so. Wenn man da was hat, hilft das immer. Einfach ein bisschen feucht machen. Nee. Shiva kannst. Ja! Einfach anständig drücken. So sieht das Ding aus, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt. Ich glaube, wir machen gleich mal das Licht an. Soll ich mal? Mhm. Na ja, jetzt ist es auch nicht besser, aber egal. Ja, das Licht, das Licht, das ist immer so eine Sache, wenn man etwas in der Wohnung macht. Das ist wirklich schwierig. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schön, die haben es gut gemacht. Ja. So, Keks. Okay. Jetzt haben wir hier Kekse. Die müssen da raus. Ja, die kleben ziemlich fest. Ja, und dann kommt einfach dazwischen Schokocreme, ne? Mhm. Ich versuche gerade schon die... Da muss ja echt vorsichtig sein mit den Keksen, sonst reißen die... Okay. Ich versuche gerade schon die...